FIFA 23, Bug, Career Mode. Was ist das denn? Was macht den in deinem Hintergrund? Richtig geil. Das muss ich nochmal sehen. Der macht einfach diesen Tanz. Der macht... Wie geil, Alter. Also sowas sind lustige Bugs. Da habe ich absolut nichts gegen, wenn sowas mal kommt. Ein bisschen mal lachen. Muss auch mal sein. Ist okay. Solange es nicht in-game passiert, alles okay.